Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Folge von FIFA 22, die Karriere. Ja, wir sind weiter auf dem Weg, hoffentlich zum Titel national und in der Champions League bis jetzt ungeschlagen, in der Gruppenphase. Und wir machen jetzt weiter mit der nächsten Woche. So, wir müssen wieder Training absolvieren, ganz wichtig. Wir machen mal hier das da und machen mal das da. Alles simulieren bitte. Und hier haben wir, achso, nochmal Steilpass, ausnahmsweise mal. Gut, weiter. So, ja, wir mussten ja das letzte Mal zuschauen in der Liga. Deshalb dürfen wir heute wieder mitspielen. Und wir steuern wie immer uns selbst. Und das lassen wir bitte ausfallen. So, endlich wieder Bundesliga, 18 Tore, Top-Torjäger. So, jetzt kann es losgehen. Schauen wir mal, was wir heute erfüllen müssen. Okay, los geht's. Also, möglichst keine Routenkarten bitte, so schnell wie es geht. Hallo, Vorsicht. Da hat sie gestört. Er war dabei. Und dann hat das Ding mal kurz unter die Latte geknallt. 1-0. Damit keiner angreift. Muss ich es drauf machen, ne? Tut mir leid. Junge, Junge, Junge. Hier, schöner Ballgewinn. Und dann mit links. Mit dem starken Fuß. Mit dem starken Fuß. So, weiter geht's. Schöner Ball. Klasse Ball. Guck her vor. Oh. Ja, geht doch. Hat. Es gibt hier einen Freistoß. Boah, das Ding. Verhungert ja. Hat sich frei. Oh, schön gepasst hier. Kein Abseits. Klasse Vorlage. Dann tut er so was, wird er schießen. Dann macht er einen super Pasta in die Box rein. 2-0. Hier nochmal. Schön hier und dann, klasse. Einmal nur noch verlängert, einmal noch bevor. So. Schade. Schade. rein 2-0 der klasse tor wenn du nicht willst dann haue ich halt rein bin wieder da ja er will nicht pass einfach rüber und dann schießt sich halt einfach lacht da in die eckelein wieder mit links bühner Schuss Vornein Absetzlos Abseits, oder? Ja, gehört. Kann ja mal passieren. Alles gut, weiter geht's. Schade. Oh je. Ich bin dabei. Oh je. Freierpark. Das ging zu einfach. Oh je. Ja, war wirklich so einfach. Ein bisschen Glück gehabt. Na ja, Park. Das ist zur Halbzeit, oder? Etrick. So ist fein. Ja, 21 Tore in Führungspielen. Ich habe einen 1 leider ausgesetzt. Böner Ball da raus. Was ist das für ein Schuss? Was ist das für ein Schuss? Ich weiß nicht, ob die Angebote zum Wechseln automatisch kommen, irgendwann mal, von den anderen Vereinen, oder ob man sich da selber irgendwie bemühen muss. Fahr das einfach mal ab, ne? Sind ja hier nicht in Eile. Erstmal mit Salzburg ein bisschen was erreichen. Jetzt wird dabei echt berückt da vorne. Ah, weggehabt. Nächstes Tor. Diesmal war's. Kamada, da waren wir treffen. Hatte ein bisschen Glück. Dann brifft er natürlich. So, jetzt ist er ein Halbzeit, oder? Oh je. Komm, 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 komm. Kletter, sicher. Aber das Ding war gut. Ja, kann ich alles gelingen. Höhe gemacht. So, jetzt ist es Halbzeit. 5-0. Weit vorne. Ja, und ich. Aber, wa? Wir machen weiter natürlich. Keine Pause hier bei uns. Wollen Fußball sehen. Ach ja, der Wetzgek. Ah. Klasse. Ah. Ah! Rück... drauf! Ich bin dabei! Komm, 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 komm! Ja, schade, toller Pass! Mehr Zeitkampf... Jetzt wird der Fußball gespielt! Wahnsinn, uuuuh! Hier ging ihm fast in die Hose, dieser Pass da! Ja, so wird er. Ja, so wird er. Ich weiß, er war vielleicht von mir angesagt. Plan-Ferradi-Mantel! Ja, ja, ich weiß, Entschuldigung. Sorry! Das ist ein Wechsel hier. Das ist ein Wechsel. Jetzt gibt's den Schmerzen. Das ist ein Wechsel. Ja, ich weiß, Hand. unabsichtlich. Big Ball. Mix in Wechsel. Warte mal, müssen wir nachkommen hier. Schöner Ball hier und dann wieder der Schlussmann lenkt den Ball und den Pfosten. Nächster Wechsel, oder? Ja, wir lassen es jetzt ein bisschen ausklingen, würde ich sagen. Wir müssen jetzt hier nicht auf Teufel komm raus Tore schießen. Der Stoß. Leider nicht. Wieder Leipzig im Tor noch gute 10 Minuten. Und die Flanke. Okay, und schon? Nein. So nicht. Warte. Hätte ich klappen können. Die Flanke. Und dann doch noch das vierte Ping-Pong vor dem Strafraum. Tag. 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 Und dann. Ja, werde frei. Tag. 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 Ah, schade, wollte ich noch durchstecken, aber zu spät, nur Nachspielzeit. Dann kommt die nächste Woche, würde ich sagen. Ja, sicher, würde ich sagen. Keine Panik hier. Danke, Schiri, für den Ball. Dann kommen die in meinen Schrank rein, zu den anderen 100 Bällen. Ich habe keine. Ja, das tun wir rein heute, würde ich sagen. Gut, weiter geht's. Jetzt lassen wir heute mal. Keine Wiederholung. Sondern wir wollen hier weitermachen. Weiter, was haben wir denn hier als nächste Aufgabe? Ups. Ja, super. Alle Erziele erfüllt. Das ist gut. Ja. Gut, perfekt. Oh, Champions League wieder. Das ist gut. Wenn wir noch Training machen, ist auch wichtig. Wir machen hier, einmal Stopper. Unter Druck. Alles simulieren bitte. Und dann noch machen wir hier Standards. Und zwar jetzt wieder Duell. Jetzt wird alles simuliert bei uns, wie immer. Ja, und dann würde ich sagen, das fünfte Spiel ist das jetzt was. Okay, dann haben wir noch zwei, also, in der Fünfte Spiel. Bevor es dann in die nächste Runde geht. So, wir steuern uns selber natürlich, ist klar. Das lassen wir aus, bitte. Das dauert nur so lange und bringt nichts für uns. So. Dann bin ich gespannt. Dann bin ich gespannt. Los geht's. Bin ich gespannt hier. Klasse 2 gab es. Ich sollte mich direkt anspielen und nicht so ein Bekampf da. So zum Beispiel, genau. Ah, Leute, im letzten Moment. Komm, 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 komm. Raus, 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 weiter, raus. Ah, schön mit der Glanzparade. Junge, 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 es war wieder gefährlich hier. Kurze Ecke, hallo, drauf einer. Oh, meine Fresse, die muss ich machen. Ja, besser geht's ja nicht mehr. Hör mal die Flanke an. Genau auf dich und dann. Junge. Vielleicht ein bisschen langes. Da, die lange Ecke. Nicht in die Kurze. Jetzt hab ich sie gemacht. Ist auch wieder heiß. Der Große wieder. Komm, komm, bitte bei. Ja, okay. Nicht in die Ecke. Okay, vor. 1-0. Salzburg marschiert in Europa. Klasse hier nochmal. Wunderbar vorgewächs. 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 Oh, das gibt Gelb, glaub ich. Wiri. Wenn ihr keine antreibt, dann lauf ich alleine durch. Paul. Hier, die. Schön gemacht, schön gelöst, die Situation. Okay. Hier noch Gelb, ne? Oh, fünf Minuten später. Toll, herrlich. Wiri. Machen wir wieder weiter, wenn es geht. Ich wieder darf die Ecke träumen. Warte, ich bin groß und nicht klein. Oh, Mann, oh, Meter. Die dicke Chance hier. Ich bin ein Ball. Und dann verzogen. Mann, 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 Mann. So. Wolfsburg. Unter Druck. Da geht's nicht. Anspiel, klasse. Anspiel, hoi. Jetzt wieder. Da! Da müssen wir uns gewideln rein hier. Aha! Ja. Darf leider nicht. Zittadimi! Weißt du... Der Benz hat wohl schon dazu nicht aufgekommen. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Argh! Keineine experts. Ja, da kommt es. Warte. Warte. Komme. Warte noch nicht. Warten. Arimi, klasse. Klasse, schieß. Das muss er machen, komm. Ah, ohne mich. Sei weit. Klasse gerade. Ja, alle umschlieren, abpfeifen. Zeit. Ja. Unkar vor alleine. Weitere verloren ist keiner mehr da. Unkar vor. Ja, ich hätte da anstehen müssen. Das stimmt. Schön mit der Parade, gleich geht's die Pause da. Guck dir, geht's die Pause da, gleich geht's die Pause da, gleich geht's die Pause da. Mann, 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 nochmal da mit der Parade vor der Pause. Mit links schöner Schuss, aber direkt auf den Mann. Ne, so nicht. Five up, klassisch Erdi. Halb, halb, wir machen gleich weiter natürlich, ist klar. Eine lange Pause bei uns. Dann müssen wir noch was machen hier. Wechsel bei Wolfsburg, oder? Ne, bei Salzburg, okay. Dann muss ich noch mal wieder kommen. Dann muss ich noch mal einsch bisschen. Das ist das. Applaus Das ist gut Oh, die sind Mann, Mann, Mann Das kann ich nicht stehen bleiben da vorne, oder? Oh, wieder Abseits Adamo, Entschuldigung. Ja, das war klar. Jetzt noch eine Wechsel hier. Oh, Mann! Später Kopfball. Ja, der hat nicht gepasst. Die Wechsel wechselt. 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 So, der nächste Angriff der Holzenburger. Bitte mal Stopp, wenn es geht. Rauf, 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 rauf! Ja, ich weiß, ich muss aufpassen. Die Wechsel wechselt. Jetzt, Adi, mir ganz erleide, komm, komm, komm! Gönne Ball! Maschinenzeit dann! Mann, 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 Mann! Der hat das ja viel Platz geben. Das war's. Das war's. Und das war's. Die Wechsel wechselt. Auf drauf! Schlechter Versuch, tut mir leid, geht halt nicht immer. 20 Minuten noch. Die Not hier sind uns ja ganz gut, dann müssen wir mal schauen, dass wir da vorwärts kommen. Klasse! Rauf, eine Viertelstunde noch. Noch ein bisschen sich in trockenen Tüchern, das Ganze hier. Klasse jetzt aber. Schöne Ball, Lennislavre. Klasse! 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 Wahnsinn! Wieder mit den Fingerspitzen dran. Die Not ist nicht so gut. Das war eigentlich schon über 8 km. Ich geh halt dann raus aus dem Abseits, mein Lieber. Ja, Leute. Ja, Leute. Schöne! Was war das denn schon wieder? Was war das denn? Ja, das war das. Was war das denn? Ja, das war das. Ja, das war das. Ja, das war das. Ja. Gleiches Schluss. Champions League ungeschlagen. Dann gut. In der Liga weiterhin Erster und in der Karriere läuft es auch weiterhin gut. Und wie es weitergehen wird, das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Abo nicht vergessen. Und oben rechts die Playlist. Und ich sage vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Hö!